Das Programm ist am Ende und ich weiß jetzt gar nicht, es ist ja gesichtet worden, er ist gesichtet worden. Ich fange mal an mit dem Überraschungsgast, denn wir haben den Song ausgiebig geprobt, der jetzt kommt, echt 15 Mal. Und dann kam plötzlich einer und gesagt, ach ich will da mitmachen, also machen wir es jetzt mit ihm. Und wir haben auch noch zweimal geprobt, das ist gar nicht so schlimm. Hier kommt für uns Jan Sichting, ne, ein richtiges Werk. Jan, wo ist er denn? Hey, da kommt er, er packt sich schon zusammen. Und ich verrate euch noch nicht, welcher Song es ist, aber die Ersten haben vielleicht schon die Idee, wenn sie das Instrument sind, kommen wir zu uns auf die Bühne. Weil wir haben, das ist wirklich so kurzfristig entstanden, dass wir uns jetzt einfach entscheiden. Hier, wir machen jetzt hier ganz schnell einen schmutzigen Hi Jan, grüß dich, na. Hey, wir machen jetzt hier einen ganz kleinen Soundcheck, ganz spontan. Dann nimmst du das Mikro, okay. Pass auf. Genau, wir spielen jetzt Junge kommen bald wieder von Freddy Quinn. Das war das Nebelhorn. Nein. Joa, Christoph, gut, das passt für dich, ne? Gut. Oh, jetzt rasten wir noch nicht aus, ne? Jetzt rasten wir noch nicht aus. Ja, wir haben noch einen weiteren Gast, eine Gästin, die man so schön sagt. Auch sie war von Anfang an dabei. Wir kennen uns maximal fünf Jahre, weil wir sind beide erst 21. Jetzt für euch Sandy! 21 Jahre kennen wir uns und wir sind zwölf. So. Und wir sehen jetzt ein Lied zusammen, das passt eigentlich den ganzen Abend und die letzten zehn Male zusammen. Ohne geht nicht. Ohne geht nicht. Ohne geht nicht. Statt euch bitte die Kinder, weil... Die ersten erkennen es auch schon an diesem Akkord. Ja. Good morning. Now I have had the time of my life, though I never felt this way before, this I swear is the truth and the oil to you. Ohne geht nicht. The time of my life, though I never felt this way before, this I swear is the truth and the oil to you. I've been waiting for so long, now I've finally found someone to spend my free. Ohne geht nicht. Ohne geht nicht. Ohne geht nicht. Ohne geht nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis bald. Bis bald. Vielen, vielen Dank! Was machen wir jetzt? Hätten wir doch nur was vorbereitet. Sie stimmt, der ruft ja schon. Was machen wir jetzt sogar? Ja, ihr hilft uns ja. Na gut, dann machen wir jetzt spontan noch vier.